Neuer Tag, neues Video hier auf dem Kanal und wenn ihr Fußballtalks und Fußballnews mögt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ich nehme das jetzt hier direkt nach meinem durchzichten Abend auf und dachte, okay, ich bin noch fit genug, ich habe das berühmte Bier zu viel nicht getrunken und nehme das jetzt hier quasi um 5.29 Uhr am 30.06.2024 auf für euch, um die Analyse zum Spiel Deutschland gegen Dänemark aufzunehmen. Und ja, ich habe mit meinen Freunden ordentlich ein paar Bierchen getrunken und Spaß gehabt und ich fand das Spiel auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert und bin auf eure Kommentare auch sehr gespannt, also kurzum, ein kostenloses Abo ist natürlich hier sowieso nie verkehrt, aber dennoch bin ich natürlich auch immer gewillt, eure Kommentare hier zu kommentieren oder auch durchzugehen und auch wahrzunehmen und ja, kurzum bin ich gespannt, wie ihr das Spiel jetzt so gesehen habt, weil ich habe es natürlich jetzt so ein bisschen abgelenkt ja mit Freunden und Co. gesehen und meine Bierchen dort getrunken und hatte eigentlich von Beginn an sehr viel Spaß und die Statistik wirkt irgendwie dann doch irgendwie gar nicht so deutlich, wie ich es wahrgenommen habe. Ich habe das sehr einseitig vernommen, das Spiel. Wir sind ja auch relativ schnell durch Schlotterbeck in Führung gegangen, und mir ist es nicht erkenntlich gewesen, warum dieses Tor nicht gezählt hatte. Angeblich gab es da ein Foulspiel, ich muss sagen, weiß ich nicht und zumindest für mich jetzt beim Public Viewing war nicht ganz erkenntlich, warum das jetzt nicht gezählt hatte. Fakt ist, wir hatten ja dann später auch nochmal Glück mit einem Gegentor in der zweiten Halbzeit von Dänemark, wo man schon Angst haben musste und dachte, oh Gott, scheiße, wenn die jetzt in Führung gehen, kann das Spiel auch mal ganz unglücklich zugunsten von Dänemark kippen. Und ja, so weit ist es dann Gott sei Dank nicht gekommen. Im fast Gegenzug kam es dann zu diesem Handspiel und dem Elfmeter, den Havertz sehr sicher verwandelt hat, muss man auch erstmal so machen. Ich denke kurzum, dass das Spiel sehr verdient 2 zu 0 für Deutschland gegen Dänemark ausging. Schüsse waren 15 zu 11, ich weiß nicht, wo die elf Schüsse jetzt herkamen von Dänemark, aber 9 zu 2 Torschüsse, also man merkt auf jeden Fall, dass dann die richtigen Chancen dann sehr deutlich in Richtung zu Deutschland gekippt sind und das Ergebnis auch sehr verdient in Richtung Deutschland ausging. Ich muss wirklich sagen, wir waren von Anfang an die bessere Mannschaft. Auch der Ballbesitz spricht dann doch recht deutliche Worte, auch die Pässe, die Passgenauigkeit war bei uns auch besser. Und ja, die Eckbälle waren ausüglichen, abseits 4 zu 3 zu unseren Gunsten. Und ja, am Ende hat Dänemark auch zwei gelbe Karten mehr bekommen. Auch der Trainer von Dänemark bekam eine gelbe Karte mehr als wir. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sieht das jetzt aus im Großen und Ganzen? Wie gebe ich jetzt die Noten? Man kann jetzt gar nichts Negatives großartig gegen Deutschland sagen. Ich fand uns wirklich solide. Das war jetzt dieses wichtige Weiterkommen ins Viertelfinale. Das war dieser wichtige Sieg, den man auch bekommen musste. Ich hatte dann zwischenteilig, als ich dann meine Bierchen da getrunken habe und mit meinen Freunden gequatscht, habe auch gesagt, ey, was ist denn, wenn die jetzt da verlieren? Also dann war das ja wirklich eine absolute Blamage. Und ich finde auch das Viertelfinale bei der Heim-EM immer zu wenig. Fakt ist, wir spielen höchstwahrscheinlich gegen Spanien, aber vielleicht setzt sich auch Georgien durch. Fakt ist, es wird so oder so nicht einfach werden und mit Ruhm haben wir uns jetzt heute auch nicht bekleckert. Fakt ist aber auch, dass das nicht so einfach war, das Spiel. Es wurde ja auch für eine gute halbe Stunde, meine ich, zumindest habe ich das so in etwa wahrgenommen, unterbrochen, das Spiel aufgrund des Unwetters. Und ja, wir sind ja auch zwischenzeitlich fast in Rückstand geraten, haben fast das 1-0 geschossen, sehr früh. Also es sind sehr viele Dinge passiert, die so einer Mannschaft auch schaden können. Und wir haben das aber durchgängig sehr bemüht geschafft, Oberhand zu gewinnen, kaum Chancen zuzulassen. Und ja, auch sehr verdient, dann diese zwei Tore zu schießen und in Führung zu gehen und dann auch zu gewinnen. Auch das Tor von Mosiala war sehr sehenswert. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal die Noten durch. Neuer, wenn er geprüft wurde, war er da und war ein solider Rückhalt. Hat das Spiel auch, wenn er hintenrum gespielt wurde, auch, finde ich, sehr flüssig gemacht. Ihm gebe ich auf jeden Fall eine 1,5. Also was kann man jetzt noch machen? Er hätte jetzt vielleicht noch ein, zwei unhaltbare rausfischen können, aber er hat zu Null gespielt. Er hat die Bälle, die aufs Tor kamen, gehalten und war, wenn er anspielbereit war und eingesetzt wurde, auch immer wieder gut. Von daher würde ich sagen eine 1,5. Kimmich kriegt von mir eine 2, fand ich solide. Rüdiger kriegt auch eine 2. Schlotterbeck auch eine 2. Und David Traum eine 2,5. Den habe ich jetzt einen Ticken schlechter gesehen. Ihr könnt es aber auch gerne anders sehen. Zumindest, was ich jetzt wahrgenommen habe, fand ich dann doch unsere Verteidigung grundsätzlich solide. Wir haben ja kaum was zugelassen. Schlotterbeck hatte einen so einen typischen Schlotti, wie ich ihn jetzt immer nenne, wo er dann irgendwie den Ball vertendete und dann doch nochmal Dänemark zur Chance kam. Das darf ihm natürlich nicht passieren. Dennoch fand ich, es war eine solide Vorstellung. Plus, dass er ja eigentlich auch ein sehenswertes Tor geschossen hat, wo er jetzt nicht schuld war, dass er es nicht gezählt hat. Und dieses V-Spiel wage ich auch im Nachhinein zu bezweifeln. Zum Glück war es dann aber auch nicht Spielentschein. André kriegt von mir auch eine 2. Toni Kroos war auch bemüht, kriegt auch eine 2. Also ich fand eigentlich generell, unserer Mannschaft generell sehr, sehr, sehr gut. Sané kriegt eine 2,5. Da hat mir dann wirklich, obwohl er bemüht war und auch gut und eigentlich jetzt auch nicht viel schlechter, als die anderen gespielt hat. Trotzdem hat mir dann, wie gesagt, diese halbe Note gefehlt für eine klare 2 und mir hat irgendwie auch dieser Aha-Moment gefehlt. Fand ich sehr schade. Gündogan kriegt von mir eine 2, war auf jeden Fall mit Toni Kroos der Ballverteiler. Musiala fand ich auch nicht schlecht und hat ja auch dann sein Tor geschossen. Also Gündogan kriegt die 2, Musiala kriegt sogar eine 1,5 aufgrund seines sehenswerten Treffers. Er war sehr bemüht mit den Dribblings, hat immer wieder versucht, uns nach vorne zu bringen. Genauso wie Havertz, der dann auch sehr sehenswert und das Elfmeter-Tor schoss. Ansonsten haben mir die Torsituation so ein bisschen gefehlt, die Torchancen von Havertz. Da wurde er vielleicht aber auch zu wenig eingesetzt. Dennoch finde ich jetzt die Lösung mit ihm in der Sturmspitze gar nicht so verkehrt. Dann kommt Fülle ja meistens rein und ich fand auf jeden Fall, dass es gar nicht so verkehrt war. Aber es hat irgendwie auch das Tor von Fülle so ein bisschen gefehlt aus Dortmunder Sicht. Aber ja, grundsätzlich war das, finde ich, eine solide Leistung gegen mittelstarke Ideen, die immerhin Zweiter in ihrer Gruppe wurden und finde ich auch keine Mannschaft sind, die jetzt absolut zu unterschätzen sind. Im Gegenteil, eine Mannschaft oder ein Land, was uns hier und da auch schon geärgert hat. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir das geschafft haben und wir, finde ich, eine solide Leistung gezeigt haben. Jetzt geht es aber darum, das dann entweder gegen Spanien oder Georgien zu toppen. Und ja, jetzt müssen wir gucken, wie das ausgeht. Und Spanien ist natürlich der klare Favorit gegen Georgien, aber ich hoffe natürlich, dass wir das dann trotzdem schaffen. Das soll es für heute hier gewesen sein. Danke für euer Zuschauen und für euer Feedback hier immer in den Videos. Also lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr solche Videos mögt. Das soll es für heute gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao. Ciao.